Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich Ihnen vier Tipps, wie Sie mit dem Sprungbrett interagieren können. Unser Sprungbrett für neue Nutzer, ein Dreh- und Angelpunkt für Interaktionen. Das Sprungbrett reagiert auf das, was ich ihm sage bzw. es gibt vorgefertigte Antworten auf gewisse Eingaben von Text. Wenn ich hier zum Beispiel ein Ad eingebe, bekomme ich meine Liste von Kontakten, kann ich auf John Doe zum Beispiel drauf touchen und dann kann ich ihn mobil anrufen. So einfach habe ich einen Kontakt angerufen. Und da ich für John Doe, das sehen wir jetzt hier einmal, zwei Rufnummern hinterlegt habe, kriege ich die dementsprechend auch angezeigt. Das heißt, auch wenn da mehrere Rufnummern hinterlegt sind, sehe ich die dann direkt und kann sie hierüber ganz einfach anrufen. Tipp Nummer zwei, im Sprungbrett direkt ein Ad wieder eingeben und in dem Fall wähle ich jetzt mal unseren Geschäftsführer aus, Jörg Wurzer, Testnachricht, gebe ich jetzt hier ein, Testnachrichten und in dem Fall kann ich direkt sagen, kurz Mitteilung senden und dann bekomme ich nur noch die Rückmeldung, dass die Mitteilung gesendet wurde. So einfach habe ich eine SMS geschickt. Tipp Nummer drei, eine Notiz erstellen. Ich kann einfach hier oben reinschreiben eine Notiz und dann bekomme ich hier unten schon Möglichkeiten wieder angezeigt. Das heißt, ich habe hier mit einer Eingabe eines Textes die Möglichkeit entweder eine Notiz zu erstellen oder nach dem eingegebenen Text im Internet zu suchen. In dem Fall sage ich Notiz erstellen und bekomme direkt angezeigt, die Notiz wurde erfolgreich gespeichert. Wo finde ich diese Notiz? Ich wische einmal nach rechts, dort gehe ich auf das Icon Files, da klicke ich einmal drauf und dann auf Documents und im Ordner Documents habe ich hier die entsprechende Notiz. Gehe ich da einmal drauf, kann ich die noch umbenennen in etwas, was ich auch gerne wieder finde und dann war es das schon. Tipp Nummer vier, wir haben es gerade schon gesehen, im Internet suchen kann ich auch und zwar, wenn ich einfach hier jetzt mal irgendwas eingebe und dann kann ich hier nach im Internet suchen und es öffnet sich direkt der Browser, geht auf die von mir ausgewählte Suchmaschine und kann direkt danach suchen. So einfach habe ich Sachen im Internet gesucht. Alles übers Sprungbrett, alles ganz einfach, alles ganz simpel, so einfach wie Papier und Bleistift. Mehr Tipps im nächsten Video, ich freue mich auf Sie, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.